Wer wird Millionär? Hallo, mein Name ist Frank Gebauer und ich bin der Begründer der Kolumbus Formel. Die Frage, wer wird Millionär, bewegt Millionen Deutsche jedes Wochenende. Millionär sein im Lieben bedeutet aber weit mehr als Millionen aus seinem Konto zu haben. Millionär sein fängt an lange bevor die Millionen als Geld da sind. Ich lade Sie ein, bereiten Sie sich vor auf Ihren Erfolg. Stellen Sie sich darauf ein Millionär zu sein im Leben lange bevor die Millionen auf Ihrem Konto ist. Nutzen Sie dafür die 12 Briefe, welche ich Ihnen gerne zusende mit ganz ausführlichen Anleitungen und Übungen, welche Sie darin unterstützen die Grundlage zu erschaffen Millionär zu sein im Leben. Ich freue mich auf Sie. Und ich freue mich auf Sie. Ich freue mich auf Sie. Ich freue mich auf Sie. Vielen Dank.